Heute sind wir im dritten Teil unserer 48-tägigen Reise, auf der wir sehen wollen, wie Gott durch unsere Gemeinde, unsere Bedürfnisse begegnen möchte. Nehmt eure Predigtnotizen heraus. Eines unserer tiefsten Bedürfnisse ist es, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Manche versuchen das dadurch, dass sie etwas erreichen oder ein Buch schreiben wollen oder ein Haus bauen wollen oder ihren Namen irgendwie verewigen wollen. Aber wisst ihr was? Alle diese Dinge haben nur einen begrenzten Wert, weil sie mit der Zeit verblassen. Das Einzige, das auf ewig Bestand hat, das jetzt hier auf der Erde lebendig ist, ist Gottes Familie, die Kirche, die Gemeinde und die Menschen, die dazugehören. Wenn du also ein dauerhaftes Vermächtnis hinterlassen willst, das ewige Bedeutung hat, dann ist das Beste, was du tun kannst, jemanden in Gottes Familie einzuladen. Das Größte, das du für jemanden tun kannst, ist seine ewige Rettung. Was passiert denn dann? Dieser Mensch wird dir für den Rest der Ewigkeit dafür dankbar sein. Wegen dir bin ich im Himmel. Ein größeres Vermächtnis gibt es nicht, als jemanden in Gottes Familie einzuladen. Deshalb wollen wir uns heute anschauen, wie wir unsere Hoffnung mit anderen teilen können. Das ist eines der fünf Ziele Gottes für seine Gemeinde und für dein Leben. Und Jesus hat dazu einiges gesagt. Er hat darüber immer wieder gesprochen. Ich möchte euch hier ein paar der Aussagen von Jesus zeigen, zu diesem Thema, wie wir unsere Hoffnung teilen, was das bedeutet und was es bedeutet, mit anderen Menschen über Jesus zu sprechen, die ihn noch nicht persönlich kennen, die noch nicht seine Freunde sind. Schauen wir uns ein paar Verse an. Auf euren Predignotizen steht am 1. Das ist Markus 16, Vers 5, da sagt Jesus, überall, wo ihr in der Welt hingeht, verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Schaut mal, er sagt, überall, das heißt, überall, wo ihr hingeht, ihr müsst nicht extra auf Reisen gehen, sondern überall, wo auch immer ihr gerade seid, redet mit den Menschen über mich. Das sagt Jesus. Überall. Das kann im Supermarkt sein, in der Schule, beim Workout, bei einem Fußballspiel oder auf einer Party oder was auch immer. Er sagt, überall, wo du hingehst, gib die gute Nachricht weiter. Und dann in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er streicht doch mal bitte das Wort Zeugen. Gott hat euch berufen, ihn in der Welt zu bezeugen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann sagt Gott, ich möchte, dass du mein Zeuge bist. Ihr kennt ja in einem Gerichtssaal, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Zeugen und einem Anwalt. Die Aufgabe eines Anwalts ist es, den Fall und die Beweislage vorzutragen und eine Entscheidung einzufordern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Er hat nicht gesagt, ihr werdet meine Anwälte sein. Nein, er sagt einfach, ihr werdet meine Zeugen sein. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt. Er sagt, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, wie dieser Typ von A nach B gelaufen ist. Ich habe es gesehen. Du erzählst einfach deine Geschichte. Gott erwartet nicht, dass du sein Verteidiger bist. Er braucht keinen Anwalt. Aber er erwartet von dir, dass du aussagst. Und du sagst, das habe ich in meinem Leben erfahren. Und ein anderer Vers, in dem Jesus davon spricht, die Hoffnung weiterzugeben, steht in Matthäus 28, die Verse 18, 19 und 20. Das kennen wir als den großen Missionsauftrag, diese Verse. Da sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Warum? Weil er das Universum geschaffen hat. Darum hat er die Autorität über das Universum. Deshalb sagt er dann, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Das waren einige der letzten Worte Jesu, bevor er zurück in den Himmel ging. Man nennt sie auch den Missionsauftrag. Das Fundament unserer Gemeinde, von der Saddleback Church, ist auf diesen Vers, auf das hohe Gebot der Liebe und auf den Missionsauftrag gesetzt. Und wir sind hier also von Jesus autorisiert, dem alle Macht des Universums gegeben wurde. Wir sind also Vertreter Gottes. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht auf Erden und ich bevollmächtige euch jetzt, in die Welt zu gehen und Jünger zu machen. Das heißt, Menschen in seine Familie mit einzuladen, ihnen zu helfen, Nachfolger von Jesus zu werden. In einem weiteren Vers in Matthäus 4, Vers 19, ganz am Anfang seines Dienstes, nicht erst am Ende, ganz am Anfang, als er eine kleine Gruppe von Fischern und Zimmerleuten und andere gewöhnliche Menschen um sich her gescharrt hatte, von denen keiner eine höhere Schulbildung hatte oder irgendwas, da sagte er ihnen Folgendes, folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Das gehört zu den ersten Dingen, die Jesus zu seinen Nachfolgern sagt und wenn er sagt, folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt, dann ist das hier eine logische Schlussfolgerung. Und zwar, wenn wir nicht fischen, dann folgen wir ihm nicht wirklich nach. Hallo? Wenn du nicht wirklich fischst, dann folgst du ihm nicht wirklich nach. Er sagt, folge mir nach, dann werde ich euch zeigen, wie man Menschen fischt. Der Beweis, dass du wirklich zu Gottes Familie gehörst, ist, dass du Menschen in diese Familie mit einlädst. Kommt irgendjemand wegen dir in den Himmel? Hast du irgendjemand in den Glauben an Jesus Christus, hast du ihn dahin geführt? Nun, das sind nur ein paar Verse von Jesus. Ich zeige euch noch einen Vers von Paulus. In 2. Korinther 5, Vers 20 schreibt Paulus, so sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Und Gott möchte, dass ihr in Freundschaft mit ihm verbunden seid. In der Theologie nennt man das hier auch die Versöhnung. Gott möchte, dass wir mit ihm versöhnt sind, dass wir in Freundschaft mit ihm verbunden sind. Hier steht, dass wir Botschafter sind. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist jemand, der eine höhere Macht, Autorität repräsentiert. Sie selbst haben keine Macht, aber sie repräsentieren die Macht von der Queen von England oder den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder von der Regierung Deutschlands oder von China oder von Argentinien oder von den Philippinen. Diese Länder schicken Botschafter in die ganze Welt hinaus. Und in der Bibel steht, dass Gott sagt, dass wir Botschafter Jesu Christi sind. Du bist ein Botschafter Jesu Christi. Das heißt, dass wir überall, wo wir hingehen, Jesus repräsentieren. Entweder bist du ein guter oder schlechter Botschafter. Aber du bist ein Botschafter. Du bist ein Zeuge. Die Frage ist, ob du ein Effektiver oder ein Ineffektiver bist. Daher kommt übrigens diese Bezeichnung Christen. Als die Kirche anfing zu wachsen nach Jesu Auferstehung, gingen diese Botschafter Jesu zunächst in den Nahen Osten und dann nach Europa und sie wurden Christianoi genannt. Christianoi. Das heißt, sie sind die kleinen Vertreter Christi. Christianoi. Christianoi. Das heißt, sie sind Vertreter Christi, sie sind Botschafter. Also, aus diesen Versen hier können wir schon eine wichtige Tatsache schließen, eine richtige Folge schließen. Schreibt euch das bitte auf. Das sind diese Verse jetzt von Jesus gewesen und auch die Aussage von Paulus. Schreibt euch das auf. Meine Aufgabe ist es, andere in Gottes Familie einzuladen. Meine Aufgabe in Gottes Familie ist es, andere in Gottes Familie einzuladen. Und ich weiß, dass viele jetzt vielleicht denken, ach Rick, ich kann das nicht. Ich bin da nicht qualifiziert genug. Und ihr denkt, dass man dazu eine bestimmte Persönlichkeit haben muss oder Verkaufsfähigkeiten besitzen muss und dass man Menschen überzeugen können muss und dass dazu bestimmte Eigenschaften nötig sind, die ihr vielleicht nicht besitzt und vielleicht seid ihr schüchtern oder euch fehlt es an Selbstvertrauen. Und heute möchte ich zwei Dinge tun in dieser Predigt. Als erstes möchte ich euch fünf Dinge mit auf den Weg geben, die euch zuversichtlich machen können, die euch Mut machen. Und wenn ihr euch an diese Dinge erinnert, dann wird das euer Selbstvertrauen als Botschafter von Jesus Christus stärken und euch den Mut geben, von eurer Hoffnung in Christus zu sprechen. Und dann möchte ich euch sechs Dinge aus Gottes Wort mitgeben, die ihr diese Woche praktisch umsetzen könnt als Botschafter, als seine Zeugen. Okay, also schauen wir uns zunächst die fünf Dinge an, die uns Mut und Zuversicht geben können. Seid ihr bereit, schreibt euch das auf. Erstens, jeder, dem ich begegne, hat dieselben Sehnsüchte wie ich. Jeder, den du triffst, jeder, dem ich begegne, erträgt dieselben Sehnsüchte in sich herum, so wie ich und auch wie du. Du hast nicht aufgehört, ein Mensch zu sein, als du ein Christ wurdest und in Gottes Familie aufgenommen wurdest. Du hast immer noch dieselben menschlichen Sehnsüchte und Triebe, so wie jeder andere Mensch auch. Warum? Weil Gott uns alle geschaffen hat. Gott hat die Sehnsucht in uns hineingelegt. In Prediger 3, Vers 11 heißt es im ersten Teil dieses Verses, er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Na, was heißt das? Das heißt, dass wir alle davon träumen, dass es im Leben mehr geben muss, als das, was wir erleben. Und das stimmt ja auch. Es gibt im Leben sehr viel mehr, als das, was wir nur erleben. Leben ist mehr, als nur morgens aus dem Bett aufzustehen und zu arbeiten und nach Hause zu kommen und wieder schlafen zu gehen. Und das immer wieder. Jeder Mensch ist für so viel mehr geschaffen, als nur aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, zu schlafen und wieder zur Arbeit zu gehen. Instinktiv weiß jeder Mensch innerlich, dass etwas fehlt. Und wir versuchen, diese Leere in unserem Herzen durch verschiedene Dinge zu füllen, aber diese Leere ist so geformt, dass nur Gott sie füllen kann. Man kann sie nicht durch Sex oder Einkommen oder Status oder Geld oder Leidenschaft oder Eigentum oder Ansehen füllen. Wir versuchen sie mit so vielen Dingen, versuchen wir diese Leere zu füllen. Viele Menschen versuchen heute ein, sozusagen ein, Zitat, gutes Leben zu führen, indem sie gut aussehen und sich gut fühlen und gute Dinge besitzen. Das einzige Problem damit ist, dass es nie gut genug ist. Wir bleiben unzufrieden. Es stillt unseren Hunger nicht nach Sinn und nach Bedeutung. Und dieser Hunger kann nur gestillt werden durch das, was die Bibel das noch bessere Leben nennt. Das Leben in der Fülle. 2. Korinther 5, Vers 14 heißt es in einer modernen Übertragung, da steht es so da, Jesus schloss alle in seinen Tod mit ein, damit jeder auch Anteil an seinem Leben haben kann, dem Auferstehungsleben, einem viel besseren Leben, das könnt ihr eingreisen, einem viel besseren Leben, als es Menschen aus sich heraus leben könnten. Das ist nicht nur ein gutes Leben, es ist noch etwas Besseres, das Auferstehungsleben, ein besseres Leben. Jesus sagt das nochmal in Johannes 10, Vers 10, wieder eine andere Übertragung, da sagt Gott ist, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, ewiges Leben, ein besseres Leben, als ihr euch jemals erträumt habt. Was sage ich hier also? Wenn wir mit anderen über unsere Hoffnung sprechen, dann bieten wir genau das an, was jeder sucht, weil wir alle dieselben Sehnsüchte in uns tragen. Wir alle sehnen uns nach mehr Sicherheit, ganz egal, welchen religiösen Hintergrund wir haben, wir sehnen uns nach Selbstwert, wir sehnen uns nach Bedeutung. Wir möchten, dass unser Leben wichtig ist. Wir sehnen uns danach, dazuzugehören, uns mit einer Familie verbunden zu fühlen. Wir sehnen uns danach, zu lernen und zu wachsen, uns zu entwickeln und mehr zu werden, als wir noch gerade sind. Wir hungern nach Bedeutung und nach Sinn und nach Ausrichtung für unser Leben und nur unser Schöpfer kann uns das alles geben. Ich will damit Folgendes sagen, dass wir den Menschen genau das anbieten, was sie alles suchen. Wir alle haben dieselben Sehnsüchte und nicht nur haben wir alle dieselben Sehnsüchte. Das Zweite, jeder hat dieselben Fragen wie ich. Jeder, dem du begegnest, ob sie nun gläubige Menschen sind oder nicht, hat genau dieselben Fragen wie du auch. In der Prediger 3, Vers 11 sagt die Bibel, keiner von uns kann ganz verstehen, was Gott getan hat, aber er legt uns Fragen nach der Vergangenheit und der Zukunft aufs Herz. Ihr kennt doch sicher all diese Fragen. Sie kommen von Gott. Was sind das für Fragen, die Gott uns aufs Herz legt? Fragen wie, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Hat mein Leben einen Sinn? Was geschieht nach dem Tod? Was ist meine Bedeutung? Was bedeutet all das, was mir passiert? Das sind keine kleinen Fragen und jeder stellt sich auf irgendeinem Level diese Fragen. Und wenn man mit Menschen spricht, dann finden sich die Antworten auf diese Fragen in Jesus Christus und in seinem Wort. Ich möchte euch noch einen dritten Punkt nennen, der euch vielleicht Mut machen kann, über eure Hoffnung zu sprechen mit anderen. Nummer 3, die meisten Menschen wissen nicht genau, was sie glauben und sie widersprechen sich häufig. Sie widersprechen sich häufig. Die Menschen verpassen sich schnell ein Etikett. Sie sagen, ach, ich bin ein Muslim oder ich bin ein Buddhist, als ob sich das ausbremsen müsste. Oder ich bin ein Hindu oder ein Atheist oder diese oder jene christliche Konfession. Aber wisst ihr, mir ist aufgefallen, nachdem ich mit tausenden von Menschen gesprochen habe, dass wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dass die Menschen, die so schnell ein Etikett annehmen, oft gar nicht wissen, was dieses Glaubenssystem eigentlich alles glaubt. Letzte Woche war ich in Washington, D.C. und unterhielt mich mit dem Taxifahrer. Und er sagte mir, ich bin ein Muslim. Aber wisst ihr was? Als ich ihn dann in ein Gespräch verwickelte, entdeckte ich, dass er fast nichts über den Islam wusste. Ich wusste vielleicht sogar noch mehr als er. Und irgendwann sagte er dann, ach, wissen Sie, ich glaube, wir alle glauben das Gleiche. Ich denke, Mohammed hätte da garantiert nicht zugestimmt. Er hätte widersprochen. Wir glauben nicht alle dasselbe. Wenn du also glaubst, dann heißt das, dass du nicht weißt, was du glaubst. Lasst euch also nicht von Titeln oder Etiketten abschrecken, die die Menschen zu ihrer Verteidigung angeben. Übrigens behaupten viele, etwas Bestimmtes zu glauben, aber sie handeln gar nicht entsprechend. Zu mir haben zum Beispiel schon viele gesagt, ah, wissen Sie, Rick, im Leben ist nichts absolut. Also, das ist natürlich erstmal Blödsinn, das ist eine absolute Aussage, wenn man sowas sagt. Es ist nichts absolut. Das ist eine absolute Aussage. Sie widersprechen sich also schon. Aber sie sagen, es gibt nichts Absolutes. Und ich frage dann, halten Sie an jeder roten Ampel an? Ja, natürlich. Sie leben jede Sekunde nach absoluten Regeln, aber diese Menschen sind also inkonsequent und sie widersprechen sich immer und immer wieder selbst. Also sie sind eigentlich verwirrt. Aber wenn du mit ihnen über die Hoffnung in Christus sprichst, dann bringt das Klarheit in ihr Leben. In 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott ist kein Ort der Verwirrung. Gott ist ein Gott des Friedens. Und in Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch dann frei machen. Frei von der Verwirrung. Frei von den Widersprüchen. Frei von all den Dingen, die dein Leben vielleicht einengen. Jetzt ein kleines Geheimnis des menschlichen Verhaltens, das ihr verstehen müsst. Okay? Menschen treffen fast alle ihre Entscheidungen, fast alle ihre Entscheidungen treffen die Menschen aufgrund ihrer Emotionen, aufgrund ihrer Gefühle und dann suchen sie nach intellektuellen Gründen, um ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Wir benutzen Logik oft nur, um unsere emotionalen Entscheidungen zu begründen, die wir aus dem Bauch heraus oder aufgrund unserer Gefühle treffen. Wisst ihr, ich treffe so viele Christen, die sich davor fürchten, Zeugnis zu geben und mit jemandem über den Herrn zu sprechen, weil sie denken, dass sie intellektuelle Ideen widerlegen müssten. Dabei ist die Wahrheit, dass die meisten Intellektuellen ihre Entscheidungen auch aus dem Gefühl heraus treffen. Jeder kennt sich mit Gefühlen aus und kann damit umgehen. Dazu muss man kein intellektueller Mensch sein. Kommen wir zum vierten Punkt. Viertens, jeder kann gerettet werden, wenn man den Schlüssel zu seinem Herzen findet. Jeder kann gerettet werden, wenn man den Schlüssel zu seinem Herzen findet. Und dieser Schlüssel sind ihre ungestellten Bedürfnisse und ihre versteckten Verletzungen. Ihre Bedürfnisse und ihre Verletzungen. In Römer 3, Vers 23 steht, in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was heißt das hier also? Das heißt, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde und noch weniger Gottes vollkommenen, herrlichen Ansprüchen. Und das heißt, wir haben alle schlechte Angewohnheiten und Verletzungen und Durchhänger, weil wir in einer kaputten Welt leben. Gottes Herrlichkeit kommt bei uns nicht zum Ausdruck. Wir alle haben Verletzungen und Dinge, die wir geheim halten. Und wenn man auf diese tiefen Verletzungen eines Menschen hört, dann kann man diese Dinge auch erkennen. Und wenn man sie erkannt hat, wisst ihr, dann hat man erkannt, wie man sie zu Jesus führen kann. Hört gut zu. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater, und der führt über Jesus Christus. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt aber viele Wege, wie Menschen zu Jesus kommen. Habt ihr das gehört? Es gibt nur einen Weg zum Vater, und das ist durch Jesus. Aber es gibt viele Wege, auf denen Menschen zu Jesus kommen. Manche Menschen kommen zu Jesus, weil sie ein Wunder brauchten. Manche aus der Einsamkeit. Manche, weil sie eine Frage hatten. Manche kommen mit einer Frage oder mit Einsamkeit oder andere, weil sie sich schuldig fühlen oder sich schämen. Andere kommen zu Jesus, weil sie Angst haben. Manche Menschen suchen nach Sinn und manche haben eine konkrete körperliche Notsituation, die sie zu Gott zieht, eine emotionale Not, die sie zu Gott zieht. Manche haben eine Sinnkrise oder eine Beziehungskrise oder eine finanzielle Krise. Es gibt tausende verschiedene Wege, um sich Gott zuzuwenden. Stress, Schmerz und Leid, all das macht uns aufmerksam auf Gott. Und wenn ihr wirklich Menschen für den Herrn erreichen wollt, dann haltet Ausschau. Schaut auf ihre Nöte und ihre Verletzungen und ihre Bedürfnisse, und ihr werdet merken, das kann ein Türöffner für ein Gespräch sein. Das bedeutet, dass ihr auch gut zuhören müsst. Das Fünfte, was euch Mut geben kann, wenn ihr daran denkt, ist, fünftens, die Menschen haben Ausreden, aber wir haben den Heiligen Geist und die Wahrheit. Sie haben vielleicht Ausreden, aber in uns lebt der Heilige Geist und wir haben die Wahrheit erkennen dürfen. Und in dieser Gegenüberstellung gewinnen immer irgendwann der Heilige Geist und die Wahrheit. Seht ihr, ihr seid ja nicht alleine, wenn ihr eure Hoffnung von Jesus weitergebt. Gott ist bei euch und der Heilige Geist arbeitet im Herzen der anderen Menschen, während ihr mit ihnen redet. Sie haben nur sich selbst und du hast Gottes Geist mit dabei. Das sollte dir eine Menge Zuversicht geben. In 2. Timotheus 1, Vers 7-8 steht in einer freien Übersetzung, der Heilige Geist, Gottes Geschenk an dich, will nicht, dass du dich vor Menschen fürchtest, sondern dass du weise und stark bist und sie liebst und gerne mit ihnen zusammen bist. Und wenn du diese innere Kraftquelle Gottes in dir hast, seinen Heiligen Geist, wenn du das anzapfst, wirst du keine Angst davor haben, ihnen von dem Herrn zu erzählen. Das steht im 2. Timotheus. Du wirst keine Angst haben, anderen vom Herrn zu erzählen, wenn du dir der Kraft des Heiligen Geistes und Gottes Wahrheit in dir bewusst bist. Ein anderer Vers dazu steht in Lukas 21, Vers 13-15. Da sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen. Wir fürchten uns oft schon im Voraus. Wir denken, ach, ich weiß nicht, was ich zu diesen Kollegen im Büro sagen soll. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Fußballmama sagen soll. Oder meinem Nachbarn oder was auch immer. Und Gott sagt, ich werde dir sagen, was du sagen willst, sagen sollst, wenn du es brauchst. Und das tut Gott auf wundersame Weise. Wie kann ich nun also meine Hoffnung weitergeben? Seht ihr auch diese Fliege hier an meinem Gesicht rum? Die macht mich wahnsinnig. Egal. Also, wie kann ich meine Hoffnung weitergeben? Ich möchte euch sechs praktische Schritte mitgeben. Wie spricht man über seine Hoffnung? Das erste ist ganz einfach. Schreib es auf. Lebe sie. Lebe sie. Lebe deine Hoffnung. Lebe ein hoffnungserfülltes Leben. Bevor du darüber sprichst, lebe es einfach. In 1. Petrus 2, Vers 12 steht, Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen. Lebt so vor euren unchristlichen Nachbarn, dass sie das Gute sehen, das in eurem Leben passiert, damit sie dann Gott ehren und vielleicht auch anfangen zu glauben. Was lehrt uns dieser Vers? Dass wir audiovisuelle Christen sein sollten. Wir müssen nicht nur reden, sondern auch tun, was wir sagen. Wir müssen hören und wir müssen zu hören und zu sehen sein. Ich muss es auch vorleben. Als wir neulich über unsere Kultur gesprochen haben mit unseren Mitarbeitern, da habe ich ihnen gesagt, wenn ihnen gefällt, was sie sehen, werden sie uns zuhören, wenn wir reden. Wenn ihnen gefällt, was sie sehen, werden sie uns zuhören, wenn wir reden. Also fangen wir damit an, indem wir hoffnungsvoll leben. Und oft bedeutet das einfach mal, nett zu den Menschen zu sein. Warum? Man kann seine Feinde nicht für Jesus gewinnen. Man kann nur seine Freunde gewinnen. Sie müssen erst eure Freunde werden, bevor sie Christi-Freunde werden können. Bevor sie dich fragen, ist Jesus wirklich echt, möchten sie erstmal wissen, ob du überhaupt echt bist. Bevor sie wissen wollen, ob die Bibel wirklich wahr ist, wollen sie erstmal wissen, kann ich dir vertrauen? Bist du vertrauenswürdig? Bevor sie sagen, ist die Bibel denn glaubhaft, wollen sie wissen, bist du glaubhaft? Es fängt also damit an, nett zu Menschen zu sein, Brücken der Freundschaft zu bauen. Evangelisation, Zeugnis all das, bau eine Brücke der Liebe zwischen deinem und ihrem Herzen. Und dann wird Jesus über diese Brücke hinübergehen. Darum steht in Römer 12, Vers 13 diese zwei Worte, übt Gastfreundschaft. Römer 12, Vers 13, übt Gastfreundschaft. Was ist Gastfreundschaft? Das heißt, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gewollt und willkommen sind. Es heißt, so zu leben, dass man Menschen nach Hause einlädt und mit ihnen zusammen was isst, oder zusammen grillt, oder zusammen ein Spiel spielt, mit ihnen zusammen sein Leben zu teilen. Ich kann euch so viele Beispiele nennen. Wisst ihr, dass wir in den ersten zwei Jahren der Saddleback Church jeden Dienstag und jeden Donnerstag Menschen bei uns zu Hause zum Essen hatten? Kay kochte jede Woche dasselbe Essen, das machte die Planung also einfacher, und es ging nur darum, Menschen einzuladen und Gastfreundschaft zu zeigen. Und in den ersten zwei Jahren dieser Gemeinde lurten wir jeden Einzelnen ein, der in diese Gemeinde kam, und sie waren bei uns zu Hause. Das machten wir zwei Jahre lang. Jeder wurde zum Essen eingeladen. Diese Gemeinde wurde auf Gastfreundschaft aufgebaut. Das Wort Saddleback besteht aus zehn Buchstaben, und jeder Buchstabe beschreibt einer unserer Werte. Und das A steht für eine Alle-Nationen-Gemeinde. Das heißt, wir haben eine Atmosphäre der Akzeptanz. Das ist der Wert der Gastfreundschaft, Menschen willkommen zu heißen, egal wo sie herkommen. Man muss also Gastfreundschaft und Liebe und Hoffnung, all das müssen wir auch vorleben. Als zweites, nachdem du das jetzt vorlebst, lerne sie. Lerne die Hoffnung. Du musst mehr über die Hoffnung, die in dir lebt, erfahren. Du weißt, dass du Hoffnung hast, aber vielleicht fällt es dir schwer, sie auszudrücken. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht, Wusstet ihr, dass in der Bibel nirgends steht, dass wir unseren Glauben weitergeben sollen? Die Bibel sagt, wir sollen unsere Hoffnung weitergeben. Wir werden nirgends aufgefordert, unseren Glauben weiterzugeben, aber wir werden aufgefordert, unsere Hoffnung zu teilen, und zwar freundlich und respektvoll. Wie kann ich denn lernen, dafür bereit zu sein? Hier steht, seid immer bereit. Wie kann ich bereit sein, wenn mich dann jemand fragt, warum lebst du so, wie du lebst? Und wenn sie in meinem Leben einen Unterschied sehen, wenn sie Hoffnung in mir sehen, wie kann ich das lernen, was weiterzugeben? Ich will euch zwei praktische Wege geben. Erstens, wenn du zur Saddleback Church gehst oder auch online zuschaust, ihr könnt den Kurs 401 machen. Class 401 ist ein Kurs, da geht es darum, wie wir unsere Botschaft und auch den Auftrag für unser Leben entdecken. Das musst du entdecken. Auch die Botschaft. Was ist denn die Botschaft, die wir weitergeben? Gott möchte durch dich der Welt etwas mitteilen, das nur du mitteilen kannst. Und wenn du lernst, die Botschaft und die Nachricht und die Mission deines Lebens zu kommunizieren, dann gibst du deine Hoffnung weiter. Dann bist du bereit. Ihr könnt euch auch vorbereiten, indem ihr die Video-Andachten diese Woche auf Facebook anschaut. Jede Woche rede ich hier am Sonntag und dann nehme ich noch diese zwei bis drei Minuten Videos auf, um euch noch ein bisschen mehr Material zum Nachdenken zu geben. Und in der nächsten Woche wird es darum gehen, wie man seine Hoffnung auf einfache, an praktische Art und Weise weitergeben kann. Also schalt euch diese Videos auf der Pastor Rick Warren Seite auf Facebook an. Also du musst sie leben, du musst die Hoffnung lernen und als drittes, entschuldige dich dafür, dass du nicht früher darüber gesprochen hast. Das möchte ich kurz erklären. Was meine ich denn damit? Entschuldige dich dafür, dass du nicht früher darüber gesprochen hast. Stellt euch mal das vor. Gibt es Menschen in deinem Leben, die nicht gläubig sind und die du schon sehr lange kennst, fünf, zehn oder vielleicht sogar zwanzig Jahre? Vielleicht wohnst du schon ewig neben deinen Nachbarn, aber du hast noch nie mit ihnen über den Herrn gesprochen. Und jetzt ist es dir irgendwie peinlich, dass du schon so lange ihr Nachbar bist, aber noch nie darüber gesprochen hast und jetzt wäre es auch irgendwie komisch, jetzt noch damit anzufangen. Wie bricht man das Eis und spricht mit jemandem über den Herrn, den man schon so lange kennt, mit dem man noch nie darüber gesprochen hat? Entschuldige dich einfach dafür. Ich würde das so machen. Nehmen wir an, du hast noch nie mit deinem Nachbarn über Jesus gesprochen, ihn noch nie in Gottesdienst eingeladen und du gehst zu ihm und nennen wir den Nachbarn mal Joe und du sagst, Joe, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das wird ihn sofort neugierig danken. Oh, was hast du denn falsch gemacht? Bitte entschuldige. Und er sagt, was denn? Klar, aber wofür willst du dich denn entschuldigen? Wisst ihr, Freunde sollen doch kein Geheimnis vor Freunden haben und ich halte dich für einen Freund. Du bist ein guter Freund. Du warst viele Jahre ein guter Nachbar und ich habe mit dir nie über die wichtigste Sache in meinem Leben gesprochen. Und das tut mir wirklich leid und es ist mir peinlich, weil ich ehrlich dachte, dass wenn ich darüber spreche, dass du dann denkst, ich wäre irgendwie komisch und ich dachte, dann würdest du schlecht von mir denken oder was auch immer und ich weiß, dass es blöd ist und es tut mir echt leid. Ich hätte besser über unsere Freundschaft denken sollen. Sie ist viel stärker, das weiß ich. Und deshalb bitte ich dich, mir zu vergeben. Jetzt ist dieser Typ bestimmt ganz gespannt, was du wohl sagen wirst. Und du sagst, weißt du was? Ich muss dir einfach sagen, dass das Wichtigste in meinem Leben meine Freundschaft mit Gott ist. Ich habe gelernt, eine Beziehung zu Gott zu haben und ich würde dir gerne irgendwann mal davon erzählen. Und jetzt hast du eine Tür geöffnet. Also Evangelisation mit einer Entschuldigung zu beginnen, ist eine Möglichkeit, um ein Gespräch mit jemandem zu beginnen, den du schon sehr lange kennst. In Sprüche 12, Vers 26 ist ein Vers, der sehr schwer zu übersetzen ist. Er wird immer wieder anders übersetzt, aber ich glaube, diese Version hier kommt dem hebräischen Original sehr nahe. In Sprüche 12, Vers 26 in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es so, Der Gerechte zeigt seinem Freund den richtigen Weg. Der Gerechte zeigt seinem Freund oder seinen Freunden den richtigen Weg. Und wenn du mit jemandem befreundet bist, dann möchtest du ihm den richtigen Weg zeigen, weil er dir wichtig genug ist. Du möchtest, dass er die Ewigkeit mit dem Himmel verbringt. Du möchtest in der Ewigkeit nicht von ihm getrennt sein. Ein Gerechter zeigt seinem Freund den Weg. Und in Sprüche 17, Vers 17 heißt es, Ein Freund liebt alle Zeit. Und die größte Liebe, die du jemandem erweisen kannst, ist ihm zu zeigen, wie er Vergebung für Vergangenes erlangen und ein Ziel für die Zukunft und ein Zuhause im Himmel haben kann, wenn er sein Herz für Jesus öffnet. Freunde lieben alle Zeit. Es ist lieblos, Menschen die gute Nachricht nicht zu sagen. Okay, ich möchte euch noch etwas Viertes mitgeben. Das kann man diese Woche schon anwenden. Du lernst sie, die Hoffnung, du lebst sie, du entschuldigst dich, dass du nicht früher darüber gesprochen hast und jetzt das Vierte. Hör zuerst zu. Hör erst mal zu und stelle Fragen. Hör zu und stelle Fragen. Schreib euch das auf. Du wirst immer mehr Menschen durch Zuhören zu Christus bringen, als durch Reden. Warum? Weil sich absolut jeder danach sehnt, dass man ihm zuhört, dass man ihn versteht und dass man wertgeschätzt und ernst genommen wird. Nur sehr wenige Menschen ist es wirklich wichtig genug, genau zuzuhören, ihren Nachbarn oder ihren Freunden. Deshalb zahlen die Menschen so viel Geld für Therapeuten, weil fast niemand seiner Freunden richtig zuhört. Das Ohr, dein Ohr ist ein wunderbares Werkzeug, um jemandem Liebe zu zeigen. Das ist wirklich wichtig. In Sprüche 18, Vers 13 steht, Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Erinnert ihr euch an den Vers von vorher? Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stellen, wenn euch jemand nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt? Der zweite Teil bedeutet, dass wir zuerst zuhören müssen. Und beim Zuhören finden wir den Schlüssel zu ihrem Herzen. Sprüche 20, Vers 5, da steht, Die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See, aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Das ist ein schönes Bild. Die Gedanken eines Menschen sind wie tiefes Wasser, aber ein Mensch mit Einsicht kann sie nach oben ziehen. Wie zieht man es aus den Menschen heraus? Wie findet man ihre versteckten Verletzungen und ihre Bedürfnisse und ihre Träume und ihre Wünsche und ihre Nöte? Indem man Fragen stellt. Man bringt sie ans Licht, indem man Fragen stellt und sobald sie antworten, sagt man immer wieder, Erzähl mir mehr davon. Erzähl mir mehr. Und dann zuhören. Und dann nochmal. Und was noch? Und du lässt sie einfach mal reden. Viele Menschen fürchten, dass sie rausgehen und beweisen müssen, dass Gott existiert. Nein, das müsst ihr überhaupt nicht. Erstens bezweifeln die meisten Gottes Existenz gar nicht. Es gibt natürlich theologische und teleologische Argumente für die Existenz Gottes. Das kosmologische Argument, das teleologische Argument, ontologische Argument, das moralische Argument. All das sind irgendwelche Argumente für die Existenz Gottes, die man in einem Seminar lernen kann. Aber wisst ihr was? Den meisten Menschen ist das völlig egal. Sie leben auf der emotionalen Ebene. Es ist nicht deine Aufgabe, Gottes Existenz zu beweisen. Deine Aufgabe ist es, ihnen Gottes Gnade zu zeigen. Und damit kommen wir direkt zu meinem fünften Vorschlag. Mein fünfter Tipp. Erzähle, was du erlebt hast. Erzähle, was du erlebt hast. Deine Geschichte. Du musst nicht alles mit deiner Bibel belegen. Erzähle einfach, was dir passiert ist. Das nennt sich, wie ihr wisst, ein Zeugnis geben. In Class 401 geht es darum, wie man sein Zeugnis gibt. Aber ist euch aufgefallen, dass ich Geschichten und nicht nur Geschichte gesagt habe? Warum? Weil du hast bestimmt schon viele Zeugnisse. Viele glauben, sie hätten nur ein Zeugnis. Das Zeugnis, wie sie zu Christus gekommen sind. Wie sie gerettet wurden. Aber Gott hat dir jemals mit einem finanziellen Problem geholfen? Dann hast du ein Zeugnis zu finanziellen Problemen. Vielleicht schon mal in einer Beziehung geholfen? Dann hast du ein Zeugnis zur Beziehung oder zur Ehe. Hat er dir schon in Liebesdingen geholfen? Dann hast du da ein Zeugnis. Hat Gott dir geholfen, als du in eine Krise oder durch Trauer gegangen bist? Als du jemanden verloren hattest? Oder als du Sorgen hattest? Oder als du krank warst? Du hast hunderte von Zeugnissen, von Geschichten. Und die Kraft deines Zeugnisses, deiner Zeugnisse, liegt darin, dass du der Experte bist. Du zeigst nicht auch jemand anders. Heute sagt man, wenn du das sagst, du kennst dein Leben am besten. Niemand ist kompetenter als du, wenn es um dein Leben geht. Und die Bibel ist voller Lebenszeugnisse. Eines Tages heilte Jesus einen Blinden und die Pharisäer kamen zu ihm, um ihm mit einer theologischen Frage eine Falle zu stellen und ihn auf Jesu Identität festzunageln. Und der Mann war sehr schlau und bestand auf seinem Zeugnis. Und wenn du ein Zeugnis hast, dann bist du der Experte. Und in Johannes 9, Vers 25 kommen sie zu ihm und sie fragen ihn, was glaubst du, wer Jesus ist? Und er antwortet, ich weiß nicht, was ihr wollt, aber eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich es sehen. Das ist ein Zeugnis. Du hast auch viele dieser, ich war blind und jetzt kann ich es sehen, Geschichten zum Thema Elternschaft, Diäten, guter Schlaf, Umgang mit Stress, Umgang mit Druck und all den anderen Dingen im Leben. Da kannst du hunderte von Geschichten erzählen, wie Gott dir da geholfen hat. Ich möchte euch noch einen letzten Vorschlag machen. Diese Woche gebe ich euch in diesen Videos noch mehr, aber jetzt hier Nummer 6, lade sie zum Gottesdienst ein. Das ist eines der besten Möglichkeiten, mit Menschen die Hoffnung zu teilen, die kaum noch Hoffnung haben. Habt ihr gewusst, dass es Studien gibt, die gezeigt haben, dass Menschen im Umfeld von größeren Gruppen schneller zu Christus finden, als in einem, zum Beispiel einem Zweiergespräch? Wenn du mit deinem Nachbarn oder einem Freund oder einem Kollegen über deinen Glauben sprichst, über deine Hoffnung sprichst und sie dann mitten in den Gottesdienst mitbringst und sie zu so vielen Menschen, Hunderte oder vielleicht Tausende Menschen sehen, die dasselbe glauben, dann ist das ein kollektives Zeugnis und es hat wirklich enorme emotionale und geistliche Power. Und wenn du Menschen kommen und sehen, wie viele an denselben Gott glauben, dann hat das auch irgendwie eine Glaubwürdigkeit. Und dein Freund, der sagt dann, oh, hier sind ganz schön viele Leute, die das glauben, was du glaubst. Die können ja nicht alle so verrückt sein. Vielleicht zweifelt er an dir, aber es können ja nicht alle verrückt geworden sein. Und deshalb möchte Jesus, dass wir Menschen in seine Gemeindefamilie und zu Gottesdiensten mitbringen. In Lukas 14, Vers 23 sagt Jesus, Geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Gott will ein volles Haus. Er möchte, dass sein Haus voll wird, dass jeder gerettet wird. Wann hast du das letzte Mal jemanden zum Gottesdienst eingeladen? Bringe nächstes Wochenende jemanden mit. Wenn du das tust, dann wirst du den Gottesdienst aus einer ganz anderen Perspektive nehmen, wenn du neben jemandem sitzt, der noch nie im Gottesdienst war. Dann siehst du plötzlich alles da. Jetzt verstehe ich, warum die das hier in der Saddleback so machen. Ich habe tausendmal erlebt, wie Psalm 40, Vers 3 hier in Saddleback war, wurde, wenn Menschen ihre Freunde mitgebracht haben. In Psalm 40, Vers 3, da heißt es nämlich, viele sollen es hören und sehen. Was? Den Gottesdienst. Und dann nehmen sie den Herrn wieder ernst und schenken ihm ihr Vertrauen. Anbetung führt zur Bekehrung und dann schenken sie dem Herrn Vertrauen. Wenn Menschen noch keine Beziehung zu Gott haben und sehen, wie andere Christen Gott danken, zum Beispiel in Liedern, dann ist es ein kraftvolles Zeugnis. Und darum wuchs auch die erste Gemeinde in Jerusalem in weniger als 20 Jahren auf 100.000 Mitglieder, weil sie Gott lobten und ihre Freunde mit in den Tempel brachten. In Apostelgeschichte 2, Vers 47 steht, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Okay? Ich habe euch jetzt fünf Gründe genannt, warum ihr mutig sein könnt und sechs Schritte, wie ihr anfangen könnt und ich möchte abschließen jetzt noch mit dem Warum. Warum tun wir das? Warum reden wir von unserer Hoffnung? Ich möchte euch ganz schnell drei oder vier Gründe nennen und dann kommen wir zum Abschluss. Erstens, jeder braucht Jesus. Der Grund, warum wir über unsere Hoffnung sprechen, ist, dass jeder Jesus braucht. Wenn ich das Heilmittel gegen Krebs oder gegen Aids oder gegen Demenz hätte und es niemanden geben würde, dann wäre ich ein Verbrecher. Man müsste mich ins Gefängnis sperren. Wenn ich wüsste, wie man Krebs oder Aids oder Demenz oder irgendeine andere Krankheit heilen könnte, dann wäre ich ein Verbrecher, wenn ich dieses Wissen nicht weitergeben würde. Wir haben etwas noch Besseres, wie man ewiges Leben haben kann. Vergebung, Sinn des Lebens, eine Heimat und im Himmel. Es wäre kriminell, das nicht anderen weiterzugeben. Schaut mal hier, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus, in einer modernen Übertragung heißt es so, Bist du müde? Bist du erschöpft, von der Religion ausgebrannt? Komm zu mir. Komm mit mir und bekomme dein Leben zurück. Ich zeige dir, wie man wirklich zur Ruhe kommt. Geh mit mir und arbeite mit mir. Sieh zu, wie ich es mache, sagt Jesus. Lern den zwanglosen Rhythmus der Gnade. Bleib bei mir, dann lernst du, wie man frei und leicht lebt. Wer möchte sowas nicht? Wir wollen Menschen nicht überreden, Katzenfutter zu essen oder so. Nein, was die Menschen ablehnen, ist nicht das wahre Christentum, sondern sie lehnen eigentlich irgendeine Vorstellung von irgendeinem Christentum ab. Ein falsches Bild davon. Jesus sagt, hast du Bedürfnisse? Komm zu mir, damit ich sie dir stillen kann. Ich werde dir Ruhe schenken. Wir tun es, weil jeder Jesus braucht. Der zweite Grund, warum wir es tun, ist, dass Jesus es uns aufgetragen hat. Er hat es geboten. Dieses Gebot haben wir uns ganz am Anfang angeschaut. Der Missionsauftrag. Die Gemeinde, die Saddleback-Gemeinde ist auf dieses Gebot fundiert. In Markus 8, Vers 38 sagt Jesus, was sehr ernst ist. Er sagt, wenn ihr euch meiner und meiner Botschaft schämt, in dieser treulosen und sündigen Zeit, dann werde ich mich eurer schämen, wenn ich in Herrlichkeit wiederkomme. Wow. Wir tun es, weil Gott es uns geboten hat. Ist dir wichtiger, was Menschen denken, als was Gott denkt? Machst du dir mehr Sorgen um deinen Ruf als um deine Rettung? Schämst du dich für Jesus? Warum? Wenn du dich für Jesus schämst, dann hast du vielleicht noch gar keine echte Beziehung mit ihm. Du musst ihn kennenlernen. Jesus hat uns das aufgetragen, über unsere Hoffnung zu sprechen. Der dritte Grund, warum wir über unsere Hoffnung sprechen, ist, dass wir Gott dankbar sind und die anderen Menschen lieb haben. Zweite Gründe 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe von Jesus, sie bewegt uns, weil wir wissen, dass er für alle gestorben ist. Die Liebe motiviert uns. Sie drängt uns. Ich werde oft gefragt, was mich Jahr für Jahr in der Saddleback Church motiviert. Ich liebe Jesus Christus von ganzem Herzen und ich liebe Menschen und das treibt mich an. Es drängt mich. Jesus stand einmal auf einem Hügel und sah auf die Stadt Jerusalem hinunter und weinte voller Leidenschaft. Und er sagte, oh Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Bewohner um mich sammeln wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt es nicht gewollt, sagt er. Hört ihr die Leidenschaft in diesen Worten? Oh Jerusalem, Jerusalem. Ich habe immer wieder gebetet, wenn ich auf einem Hügel stand und, oh Saddleback-Tal, Saddleback-Tal, wie oft wollte ich deinen Bewohnern die gute Nachricht geben. Und als wir dann nach Orange County und Südkalifornien weiter, oh Südkalifornien, wie gerne würde ich euch um mich scharen, um euch die gute Nachricht von Christus zu bringen, wenn ihr nur zuhören würdet. Und jetzt mit Campus-Locations auf der ganzen Welt sage ich, oh Welt, ich bitte und ich bettele darum, dass ihr auf die gute Nachricht von Jesus Christus hört. Wir tun es aus Liebe. Und schließlich sagt die Bibel, dass wir eine Belohnung im Himmel bekommen. Wenn ihr eure Hoffnung anderen weitergebt, dann werdet ihr im Himmel belohnt werden dafür. In Sprüche 11, Vers 30 steht, wer Gottes Willen tut, verhilft anderen zum Leben, und ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. Möchtest du weise sein? Gewinne die Herzen. Möchtest du Frucht tragen? Möchtest du Gottes Willen tun? Möchtest du ein Vermächtnis hinterlassen? Der beste Weg, ein Vermächtnis zu hinterlassen, ist die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Und die Bibel sagt, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Was für eine großartige Verheißung. Wir werden in der Ewigkeit für die Menschen belohnt werden, die wir mitgebracht haben. Wird irgendjemand wegen dir im Himmel sein? Wir werden in der Ewigkeit für die Menschen belohnt werden.